In diesem Video geht es um die besten Massagesessel. Der Qualitätssieger in unserem Massagesessel-Test geht an den Naipo Premium Massagesessel. Die Schale bietet eine vollständig befreiende und entspannende Erfahrung von Kopf bis Fuß mit professionellen Massagetechniken wie Shiatsu, Kneten, Klopfen, Klopfendes Kneten und Luftdruck. Sie können zwischen 12 automatischen Programmen auswählen und Ihre eigene Erfahrung kreieren. Der Massagesessel ist vollständig verstellbar mit 11 Schulterpositionen, 2 Schwerelosigkeitspositionen, 3 Fußrollenintensitäten, 3 Fußrollenbreiten, 5 Geschwindigkeitsstufen, 6 automatischen Zeitfunktionen, 3 wählbaren Rollenbewegungen und 3 Luftdruckintensitäten. Darüber hinaus kann der Luftdruck an Armen und Beinen separat gesteuert werden. Daran erkennst du bereits die verschiedenen Möglichkeiten des Premium Massagesessel. Die Bluetooth-Lautsprecher und der 3D-Surround-Sound unterstützen Verbindungen über weite Distanzen und der Massagesessel kann sich in einen gemütlichen Ort mit ihrer Lieblingsmusik verwandeln. Von angenehmer Entspannung bis hin zu ganz körpertiefen Massage, der Massagesessel bietet Ihnen alles. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Welkin Massagesessel. Das übersichtliche Bedienteil des EasyRelax ist in die Armlehne integriert und aus jeder Liegeposition gut erreichbar. Des Weiteren ist ein USB-Anschluss zum Laden Ihres Mobiltelefons integriert. Rechts und links sind in Kopfhöhe Lautsprecher in die Seitenteile integriert, welche Sie mittels Bluetooth mit Ihrem Telefon verbinden können. Sie können sich von der Sitzposition bis zur Zero-Gravity-Position, Herzwaage-Position dank der stufenlosen elektrischen Neigungsverstellung in jeder Position massieren lassen. Wie bei allen WELCON-Produkten steht Ihnen eine deutschsprachige Service-Hotline im niedersächsischen Gießen bei Hildesheim zur Verfügung. Wählen Sie die Farbe, die zu Ihrer Einrichtung passt. Bei allen vier Farben handelt es sich um strapazierfähiges Bezugsmaterial mit 100.000 Scheuertouren und der höchsten Lichtbeständigkeit. Sitzend ist der Massagesessel 100 x 69 x 115 cm groß. Liegend 190 x 69 x 83 cm. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Massagesessel-Test ist der M-Combo Massagesessel. Mit diesem elektrischen Massagesessel können Sie einfach wohltuende Massagen im Komfort deines Zimmers genießen. Dank der Fernbedienung lässt sich der Massagesessel komfortabel bedienen und leicht aus der Sitzposition in eine Liegeposition bringen. Wenn Sie jederzeit zu Hause eine entspannende Massage genießen wollen, ist dieser Sessel dafür genau richtig. Dank der verstellbaren Rückenlehne können Sie verschiedene Neigungswinkel wählen. Durch einfaches Drücken auf der Fernbedienung erreichen Sie eine bequeme Liegeposition. Die Fußstütze bewegt sich nach vorne durch Federdruck, um einen besseren Sitzkomfort zu bekommen. Dank der Liegefunktion können Sie entspannt die Füße hochlegen. Dieser Massagesessel gibt Ihnen eine entspannende Vibrationsmassage und verfügt über 8 Vibrationsmassagepunkte Rücken, Hüfte, Bein, Wade. Lassen Sie sich von der wohltuenden Sessel und 5 verschiedenen Massagemodi verwöhnen. Eine Timer-Funktion ist beinhaltet und lässt sich die Dauer der Massage nach Bedarf in 5 Minuten Schritten einstellen. Dabei die zwei zur Auswahl stehenden Massageintensitäten geben Ihnen eine angenehme Massage. Der Massagesessel verwöhnt Sie zudem mit der integrierten Heizfunktion. Die Oberfläche aus hochwertigem Kunstleder ist nicht nur schick und langlebig, sondern auch besonders pflegeleicht. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.